Pfuhlschnepfen Nach dem Zwischenstopp fliegen die Vögel weiter bis nach Alaska. Dort brüten sie von Juni bis August und ziehen ihre Jungen auf. Danach geht es nonstop zurück. Rund eine Woche brauchen die Pfuhlschnepfen für den Rückflug nach Neuseeland. Hin und zurück sind es rund 26.000 Kilometer. Das ist Vogelflug Langstreckenrekord.